Mal gucken, ob Battlefield 5 performt für den Stream. Kiki, kurzer, spontaner Stream. Und wenn es funktioniert, dann können wir auch direkt ein Waldchen spielen. Das wäre so geil. Mal schauen, wie das klappt. Bin ich mal gespannt, ob das jetzt hart ruckelt oder nicht. Wäre cool, wenn nicht. Warum ist das Spiel so leise? So. Aber es kommt keine Desktop-Audio-Reihe. Aha. Oh nein, und raus tappen funktioniert ja so. Scheiße. Jetzt ruckelt es. Ha, sehr gut. Funktioniert irgendwie. Properties. So. Bitte, ich will nicht nochmal raus und reintappen. Jawohl. Aber warum ist das Spiel leiser als gerade? We now have enough objectives secured to control the fight. Ha. Seltsam. Das kommt mir leise vor. Aber es läuft flüssig. Mal gucken, wie es performt, wenn ihr gleich... ...die Post abgeht. Ach, moin. Ja, mal gucken. Ein kleiner Test wäre geil, wenn es funktioniert, wenn ich... Oh, dieses Spiel hat mich in letzter Zeit so gefesselt. So geil. Allian. Über den Schnee könnte ich mich stundenlang freuen. Oder das hinwerfen. Oder Schnee auf der Waffe. Oder Schnee auf den Klamotten nach dem hinwerfen, wie ich gerade feststelle. Oh, das ist so geil. So, jetzt muss ich nur erstmal kurz jetzt hier auch ein Kill wenigstens, ne? Wenn ich irgendwas gerafft kriege, ihr müsst ja eigentlich die Post abgehen. Irgendwo muss hier die Post abgehen. Ah, hier geht die Post. Aber okay. Also ein bisschen habe ich das Gefühl schon, dass es ruckelt. Aber vielleicht ist das auch Placebo. Und es kommt mir so vor, weil... 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 Weiß ich nicht. Na, kommt hier einer? Haben wir eine Order? Ah, wir müssen C verteidigen. Oder wir verteidigen C, indem wir E angreifen. Aber ich verstehe nicht, warum das Spiel auf einmal so leise ist. Oh, da links ist auch noch einer. Boah, ich treffe mit dieser Waffe. Nichts! Gott! Jetzt ist wirklich nur die Frage, warum das Spiel so leise ist. Oder zumindest auf meinen Ohren. Es ist deutlich leiser als gerade, als ich nicht gestreamt habe. Oh, fuck. Jedoch, als ich nicht gestreamt habe, war das Spiel lauter. Ich muss lernen, mit dieser Waffe hier umzugehen. Ich kann es nämlich nicht. Wie man gerade gesehen hat. Oh, oh, oh. Und hier ist ja der, der ist ja der in Spawn. Wir haben hier mal eine Granate hin und fangen die ab. Hihi. Schade. Äh, Munition aufsammeln. Neue Granate. Gucken wir mal, was hier hinten abgeht. Ich wünschte, es wäre lauter auf meinen Ohren. Du konntest? Ne. Aber ich raff es nicht. Ich weiß halt auch jetzt nicht, wie laut es bei euch ist. Ah. So wird das nichts mit der Waffe. Aber man kann ja lernen, damit umzugehen. Mein ganzes Quad liegt da. Ah, okay. Das wird schon aufgehoben. Ha. Headshot. Alter. Das performt aber trotzdem ganz zum Spaß hier. Recht solide, möchte man meinen. Na, zeig doch noch mal dein Köpfchen. Na. Schub, 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 schub. Schub, schub. Halleluja. Okay, wir sind noch da oben. Nein. Jetzt kommt sie von links. Sag mal, hat das... Irgendwie eine Funktion, dass das Spiel leise wird, wenn man streamt? Was ziemlich beschissen wäre. Aber... Ich raff es nicht. Meldwitte aufgehoben. Gibt'n der. Nein! Mein Freund. Es tut mir leid. Ist halt auch der im Spawnen. Kümmern wir uns erstmal wieder um hinten. Was haben wir denn für eine Attack Order? C nach wie vor verteidigen. Davon bin ich natürlich weit entfernt. Mal rüber. Joggen. Dass man auch geduppt genauso schnell laufen kann, wie aufrecht. Ich weiß nicht, ob das so cool ist. Also, ich finde es cool, aber... Ich weiß noch nicht, wie ich deinen Vorteil draus ziehe. Wo sind denn die? Irgendwo müssen die... Hä? Es sind fünf. Wenn man in Deckung rennt, ist da keine Deckung. Weil Battlefield... Na, ich glaube, hier kommt keiner. Nice. Ich kann dir leider nicht aufhelfen, mein Freund. Gott, oh Gott. Auf diese Distanz... Also, auf... Auf fernen Distanz klappt das ganz gut. Aber auf, ähm... Nahe Distanz... Nö. Ist das ein Arzt? Nein. Ist hier irgendwo... Irgendein Arzt? Hallo? Nein, keiner in der Nähe. Schade. Holen wir uns noch die Punkte für... Capture, oder? Nö. Nicht. Dann können wir ja wieder nach D. Als ob hier oben keiner kommt. So. Hallo? Ist hier keiner? Ein vereinzelter, aber... Also, ich meine, ich bin ja auch alleine. Das ist vielleicht... ...nicht so klug. Ich sollte vielleicht das... Ah, aber immer nach Leiden ist gut, wenn man gerade eine Deckung hat. Ah, jetzt rushen die uns garantiert. Ei, ei, ei. Was war das denn? Ach, die Flak. Mal gucken, ob der mich aufgehoben kriegt. Nein, nicht. Hallo? Willst du mich nicht aufheben? Nein? Nicht? Okay. Dann nicht. Oh, das ist ja fast schicke, stört mich. Ich kann ja das hier laut drehen, aber dann höre ich mich selber auch so fucking laut. Das ist ja nicht der Sinn und Zweck der Sache. So. Aufgabe ist immer... D. Bin ich ja gerade richtig gespawnt. Wo ist der Feind? Da ist der Feind. Das war ein Abstauberkill per se. Hui, Flugzeuge. Keiner hier? Da holen wir uns nochmal einen Muni. Da kommen sie auch nicht. B verloren. Dass hier keiner kommt. Wie... Voll. Ist nicht so, als wären hier zu wenig Spieler. Weil die waren die B eingenommen. Dann kommen die jetzt garantiert da den... Pass. Meine Mission besteht darin, D zu verteidigen. Aber hier ist kein Spieler. Also können wir jetzt auch... Wir warten noch, bis der Kreis unten abgelaufen ist. Du, 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 und los. Defend Order Complete 200 Punkte. Easy. Der Typ setzt echt schnell Befehle. Grafe ich halt selber nie. Gut, das meine ich jetzt nicht so kompliziert, aber... Wenn es viele verschiedene Optionen gibt, was man angreifen kann, dann... Traf ich das nie. Jetzt kommt auch noch dieser Schneesturm. Wir verlieren A. Aber E ist immer noch. Gehen wir mal zu unserem Squad. Vielleicht schaffen wir das ja noch. Ich meine, wir müssen den ganzen Weg zurückrennen. Ha! Haben wir noch einen Kill geklaut. Ja, hier sind noch... Oh, hallo. Ist immer noch welcher. Holen wir den mal. Es ist nicht so, dass wir hier... Selbst... Doch, ganz selbstlos. Ist es nicht. Ich will ja die Punkte haben. Hallo, Raven. Schoppi, schopp. So, E verteidigen oder was? Ne, verteidigen. Guck ich erst mal, ob hier hinten... Hier noch... Aha, diese Waffe. Auf diese Distanz kriege ich sie einfach nicht hin. Ja, nicht verbluten. Hebt mich auf. Danke. Danke. So, dann gucken wir mal. Wo finde ich denn hier Munition? Halleluja. Halleluja. Nein. Lass mich nachladen. Hm. Boah, Munition. Nein. Ja, er hat ihn umgelegt. Okay. Gleich drei. Alles klar. Schwupps. Auf geht's. Und weg, 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 weg. Heilen und weg. Und direkt neues mitnehmen. Habe ich? Habe ich. Habe ich. Munition ist da hinten. Da müssen wir doch irgendwie rankommen. Hör mal. Kreuzen wir mal. Schneesturm ist meine Deckung. Kacke, den habe ich zu spät gesehen. Ah, liegt der da mit dem MG? Ich glaube, diesmal hebt mich keiner auf. Ah, doch. Schafft er das? Uh, gleich zwei. Nice. Hey, ich habe Battlefield angegeben. Ah, ich habe es nicht geupdatet. Das war's. Okay, danke. Aber ich habe eigentlich Battlefield... Dann habe ich nicht auf den Knopf... Auf den Update gedrückt. Ja, mir wird schon aufgeholfen wieder. Ah, immer noch nicht tot. Wie sieht es eigentlich aus? 10-3 ist eigentlich recht solide. Aber nur, weil ich die ganze Zeit aufgesammelt werde. Oh, dieser Schneesturm. Oh, es ist so geil. Es macht so Bock. Es ist schlechte Sicht. Bomben explodieren. Und Leute rennen hier überall rum. Schon wieder nur ein Assist. Magic gibt mich. Oh, ich meine, ich bin Teamplayer. Ich gebe meinen Mates somit ein paar Punkte. Aber ich... Wir haben gleich gewonnen. Nice. So, Muni. Bom, 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 Bom. 54 Tickets haben die Gegner noch. Easy, pipi, easy. Nice balance. Im Team sind wir ausgebalanced. Oh, die ist so weit geflogen. Dann kümmert du dich da drum. Kümmert er sich drum? Nein. Das ist ja gar kein Matic. Doch. Ach, kacke. Neun Schuss noch. Und nichts in sich. Der hat mir irgendein Mates. Lass mich hier weg. Mein ganzes Quad besteht aus Munitions-Tinies. Warum höchst du den jetzt noch dumpfer? Ach, das war die Explosion. Das Spiel ist so leise auf meinen Ohren. Das ist so nervig. Und ich raff's nicht. Warum es so leise ist. Gerade schon eine Runde gespielt. Da war es relativ laut. Deswegen war es auch in den Optionen. War das hier auf 50. Aber jetzt ist das auf 100. Und es ist gefühlt nicht ansatz... Fuck. So leise wie... Fröhnen. Dann spielen wir mal kurz Medic. Wenn unsere ganzen Mäder... Wir haben sowieso gleich gewonnen. Können wir da irgendwie zügig hin? Ja. Lass mich bei ihm spawnen. Hier. Halt euch. Gebt mir Punkte. Ups. Halt mich. Äh, halt euch. Pum. Na, stürmen wir jetzt mal durch die Smoke. Hallo. Oh, jetzt ist gar keiner. Oh, der Schneesturm. Wofür kommen wir aus der Smoke raus? Und der Schneesturm ist weg. Da links, da links, da links. Und da hinten sind auch noch welche. Können wir denen da hinten helfen? Nein, da ist... Oh, der kommt ja gerade oben rumgelaufen. Oh, wir haben eine V2 noch gezündet. Geil. 13 Tickets noch. Und die kommt, glaube ich... Wo landet die? Hier. Oh, hier. Ui. Hm. Felsen und Köpfe von der Wehrmacht sind so... Irgendwie ähnlich. Oh, irgendwo habe ich sechs Punkte bekommen. Wofür habe ich gerade sechs Punkte bekommen? Aha, ja, Leute. Da war noch ein MG. Aber 328 zu 0 ist schon... ...solide. Und Bestquad. Wie habe ich den abgeschnitten? Naja, gut. 16,4. Das ist jetzt auch nicht verkehrt. Finde ich schon... Finde ich in Ordnung. Twisted Steel Capture Note, the Flax Massive All Out of War All Out. All Out of War All Out of War Eigentlich... Gerade haben wir ja mit dem geübt. Aber hier muss ich halt auch... Ich will das... Nehmen wir... Also, die ist unpräziser, weil die noch nicht so weit. Packen wir da mal ein. Will ich das? Spielen wir die mal mit Iron Size. Gucken. Haben wir hier eigentlich noch? Was haben wir hier noch? Das ist eine Schrotflinte, ne? Und das kann man halt nur im Liegen spielen. Dann spielen wir mal in den Medic mit der B40. Proven wir die mal aus. Schubs, und da haben wir das Laufen gespart. Hihi. Hoho. Schauen wir hier mal. Bisschen Fortification. Es gibt nämlich erstens Punkte und zweitens Stackung. Oh, hier steht eine Pack. Okay. Die Pack könnte noch ganz nützlich werden. Und merkt euch mal, wie schön dieser Punkt aussieht. Ich glaube, wir werden am Ende des Spiels nochmal der Map hier hinkommen. Ja, wird das nicht mehr ansatzweise so schön aussehen. Die ganze Maps, wunderschön. Voller Wiesen. Aber ich mag dieses neue Battlefield. Einfach so gerne auch die... Was haben wir eigentlich für ein Befehl erzählen? Äh, auch die, die... Das ist immer wieder ein schönes, saftiges, grünes. Das erinnert mich richtig an das... War es Battlefield 2 oder? War es da wirklich 1942? Äh, gar nicht. Die sind auf jeden Fall auch recht bunt waren. Ich glaube, es war zwei... Ich weiß... Boah, 92... Äh, 42 habe ich ewig nicht mehr gespielt. Ich weiß nicht, wie bunt das war noch... Ähm. Auf jeden Fall ist das aber vom Gefühl her, von der Nostalgie, von der Erinnerung, ist das... Das Battlefield, was man sich... Immer gewünscht hat. Schade. Ich hätte ja nicht einfach so hinrushen sollen, wenn dann meine Mades schon tot sind. Ist hier irgendwo ein Arzt in der Nähe? Nein. Der ist 89 Meter entfernt. Dann verbluten wir langsam, falls ein Arzt noch kommt. Schneller einsteigen kann man so wie... Ah, wir wollen B. Das habe ich nicht gehofft. Dann wollen wir B. Lass mich bei ihm spawnen. Lass mich bei ihm spawnen. Lass mich, lass mich, lass mich bei ihm spawnen. Warum darf ich nicht bei ihm spawnen? Ist von weit auf der Brücke so. Uh, was war das? Hier. Ne, wenn wir mal da hinten ein bisschen zu... Das ist die Sniper hier auch nicht so viel Chancen haben. Ja. Ah, warte, das habe ich schon recht zuges... Ah, da war er hinter dem Auto. Verdammt. Habe ich doch richtig gehört. Ne, das wird nichts. Ne, das wird nichts. Hm. Also, bei dem Panzer muss auf jeden Fall eine Smoke hin. Die Snipern hier alle. Ja, nimm Leben mit. So. Wo kam das? Hier, wer braucht... War hier nicht einer gerade, der Leben braucht? Ich bin eigentlich nicht der Bautyp, aber ich hätte hier gerne ein bisschen Deckung. So. Schnupp. 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 Noch ein Sonsten. Wo nehmen wir die eigentlich her? Oh. Sorry, Mate. Steh auf, mein Freund. Steh auf. So. Werfen wir nochmal den Smoke. Komm. Hier. Heil dich. Ist ja gerade runtergesprungen. Hier geht bestimmt... nicht die Post ab. Springen wir runter. Es ist so geil. Es ist so schön. Es ist legit. Schön. Ich habe keine Smoke Grenades mehr. Das missfällt mir ein wenig. Und ich habe volle Ammacht. Geh' ich nicht. Der Zombie muss mir keine geben. Gehen die hoch? Oh ja. Gucken wir mal, was in den Häusern hier abgeht. Nein! Ich hätte, sollte das Haus nicht Sprinter durchsuchen. Dann hätte ich auch eine Chance, sie abzuknallen. Hol' mich, hol' mich, hol' mich, hol' mich! Nice! Danke! Haha! Willst du nicht? Hast du schon? Okay. Ich geh mal wieder zu. Hab' ich doch richtig gesehen, da ist da ein Gegner drin gewesen. Hopp, 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 hopp! Ach, deswegen wollte ich in das Sensor. Ich wusste genau, dass da irgendwo gleich gesnippt hat. Das wusste ich einfach. Hände auf die falschen Tasten. So. Von C kommen die. Schmeißen wir mal. Die Deckung hier. Moment, liegt da ein fucking MG? Steh auf, mein Junge! Kämpf weiter! Das ist ein freaking Panzer. Oh, jetzt mucken wir den mal. Moment, hab' ich die nachgeladen oder nicht? Nein. Nachladen! Ist hier keiner drin? Was? Ah, doch, da war einer drin. Shit! Dang it! Kriegt ihr den? Kriegt ihr den? Ich darf erst in 10 Sekunden wiederbeleben. Und... Hello! Hello! Oh, jetzt ging hier aber die Post ab. Ich wollte uns eigentlich erstmal direkt einsmoken. Du... Könntest mich wiederbeleben. Ah, okay. Er hat nur die Deckung gesichert. Äh, das war... Ich hab' mich... Also... Tut mir leid, ich hab's vergessen anzukündigen. Ist so relativ. Weil ich, ähm... Schlichtweg einfach... Also ich hab' mich gerade erst entschieden... Den spontan zu machen. Boah, puh! Freundchen! Freundchen! Kann ich wieder? Wo sind die Gegner? Die Gegner sind wo? Oh, hier sind echt... Türanimation einfach mal gestartet. Was? Wo liegt denn der? Oh, auf dem Dach. Ich hab's ja... Ich weiß nicht, wie ich zu dem kommen soll. Aber zu dem kann ich kommen. Steh auf, mein Freund! Ach, brauchst du Leben? Nein! Was war das denn? Okay, hier ist alles voll mit Gegnern. Schade! Schokolade! Schokolade! Wollen wir wirklich Snipern? Ne, ich find' Medik, äh... Können wir Medik schon erstmal... Mach das still und leise. Still... Ja, es ist gut. Freundchen! Leg dich doch nicht so an mit den Snipern, wenn du's nicht... Also ich... ich könnte's nicht besser... Aber die wissen, wo wir sind. Verlage an! Zurückziehen! 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 Heilen! Zurückziehen! Hinkriegen! Boah, das gibt Dickpunkte gerade, was wir hier machen. Squadplay ist so geil! Squadplay ist so geil! Okay, wir verlagern scheinbar. Negativ, wir verlagern nicht. Nice! Die Ausrüstung ist einfach krass. So, was gibt's die nächste Mission? F, 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 andere Richtung ist F. Hey, 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 hey! Der hält uns aber auf Trapio! Der gute Feldwebel, Flipsebbe! Flipsebbe oder Flipsebbe? Wie der wohl heißt? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Man munkelt nur und schunkelt da zu. Das reimt sich nicht mehr. Okay, unsere Objektiv hat sich auf G geändert. Wir geben uns mal ein bisschen Deckung. Äh, aber eins sollte ich mir... Lachen wir es mal hier in Deckung nach. Schups! Gott, du rennst aber vor mein Junge! Nein, hinter mir! Kacke! Ja, ja! Oh, mich hoch! Nicht sicher, du rellen krass! Geist! Geist! Ne generic Sachen! Wir haben unsidade CE vor… 안에 Fl DOT은就會! Na pervers! Da! Na pervers! Na pervers! Da! Steh auf! Sehr gut. Ist der im Auto? So, fahr, fahr, fahr. Boah, das ist ein Teamplay hier. Halleluja, ich bin Zweiter. Ach, kein Wunder. Spiel mit dem Ersten. Boah, das macht Bock. Pff, das macht Bock und wir fahren gegen den Baum. Oh fuck. Okay, steckt der aus? Ui. Ui. Der Bummer war aber sick. Der gut getroffen, das war fies. Sieben, fünf, also. Ich hab's nicht so mit Kills. Ah gut, ich bin halt auch gerade Medic. Ich mein, da spielt man nicht so für Kills. Ah, und das ist meine berühmte Hock-Position. Das ist einfach so angenehm und so unbequem gleichzeitig. Nein, ich wollte nicht bei dem Panzer... Mh, nö. Jetzt sind wir auch für fallig. Ah, die sind da hinten bei D. Oder? Ja. Bin unterwegs. Oh, bin doch nicht unterwegs. Was denn der liebe Heft-Flips? Was denn der liebe Heft-Flips? Okay, ey, nee, nee, nee. Nein! Ui! Okay, den Flaggpanz habe ich nicht gesehen. Schade. Schade Schokolade. Hier wollen wir aber nicht spawnen. Wollen wir nicht mal. Okay, da wollen wir spawnen. Halten wir uns ein bisschen an den Wasser-Tegel. Okay, Stop, Focus, Under the Bridge, thank you. Jetzt marken wir mal hier ein bisschen. Solide Deckung haben. Ja, das hier wollte ich eigentlich. Nice. Aber hier sind noch Leute. Na dann auf zu zählen. Boah, der Junge ist echt auf Zack. Punkt, Punkt, Punkt. Okay, C ist eingenommen. Dann F. Da habe ich kein Fahrzeug für. Zurück zu D. Wie schnell rastet der das denn? Uh. Ist hier irgendwo ein Gegner drin? Nope. So, heben wir den mal auf, den Jungen. Also hier ist keiner mehr. Ist der den umgelegt? Dann nehmen wir mal Munition mit. Was? Da hinten ist er umgefallen? Warum? Wodurch? Hm. Ich raffe es nicht. Durch wen oder was sind die denn hier gestorben? Ach, Kacke. Durch den. Aber... Hä? Das war schlecht. Da habe ich einfach... Ne, da habe ich nicht gerafft, äh... Dass wir da überrannt werden gerade. Charlie? Ist das hier? So, fix hier raus. Hups. Ah, wieder einer weniger. Checken wir mal unter der Brücke. Schön hier einmal abchecken ob wir... Da haben wir auch einen fiesen Winkel hier. Keiner? Schon mal keiner. Wo gibt es hier Muni? Gar nicht? Doch irgendwo muss es doch hier Muni geben. Bauen wir mal kurz. Einfach um uns die Zeit zu vertreiben und ein paar Punkte zu kassieren. Schade. Gut. Dann, äh... Nächster Befehl ist... C. Dachte ich mir schon. Ähm... Haben wir noch einen Schuss? Ne, das war's. Schade. Und die letzte Granate hebe ich mir nämlich diesmal auf. Dass ich wirklich Leute heilen kann. paying... Wo läuft der hin? Ah, hier hin. Ach, okay. Der läuft immer zu den Munitionsdingern hab' ich das Gefühl. Ah ne, das ist ein Heilding. Jetzt geht hier aber... Arsch auf Grund also, oder was? Und wo kommt das? Irgendwo von da hinten. Ne Junge rennt schon wieder zum nächsten. Ne 10 wird verteidigt, ok. Panzer! Tschüss! Ständig unterwegs der Junge, ständig unterwegs. Das ist... Ich muss mal ein paar Kills machen hier. Das KD sieht gar nicht mehr gut aus. Und da hinten steht ein Panzer. Ich glaube wir wurden gespottet. Aber scheinbar kann derjenige nicht zielen. Kann man... Ui, man kann... Uh, sick. Wie lange geht das? Oh ok, ich glaube... Überlebe! Fuck! Ich weiß nicht ob ich sicher liege. Ich raffe halt auch nicht von wo die Schüsse... Also doch, ich wusste von wo die Schüsse kommen, aber... Ist das ein Panzer gewesen, oder? Ah, er ist tot. Schade. Schade! Ich muss mal ein paar Kills machen. Und Andi fährt hier die ganze Zeit mit dem Panzer rum. Steigen wir da doch mal ein. Und steigen aus. Und... Oder halt auch einfach... Was? Kacke! Vielleicht wechseln wir doch mal die Klasse. Ich meine das Medic, das funktioniert ganz gut. Oh. Aber... Ich werde hier nicht ähm... Sehr gut. Ah! Smucken wir uns mal ein paar Deckung. Oh, die fliegt ein bisschen weit, glaube ich. Ich sollte auf das Haus da hinten ziehen. Ein bisschen. Wollen wir hier durch? Oh nein, mein Mate! Oh! Aufstehen, mein Junge! Schlafen kannst du, wenn du tot bist. Oder so ähnlich. Zu dem kam ich leider nicht. Das... Ah! Was? Achso, der wird aufgehoben. Wollte mich grad schon beschweren. Warum... Ist das einfach... Hier ist noch irgendwo ein Gegner? Und hier ist ein Flammenwerfer? Puh! Auf jeden Fall geht hier die Post ab. So wie der uns auf Trab hält. Nein! Da ist schon wieder einer gestorben. Wenn ich so weitermache... Ah, 9, 8. Ich krieg halt keine... Pfff! Ich krieg halt keine Kills rein. Oh! Und... Ah, der ist gar nicht tot. Achso, wenn man da näher steht, halt mal. Jetzt raffe ich das erst. Und das war unsere JPL scheinbar. Was ist denn der für... Fuck. Eiii! Das kann doch nicht wahr sein. Ist auch down. Ah, da liegt er und hebt die Leute auf. Super. Und dann spielen wir mal... Da müssen wir hier ein bisschen Kids machen. Holen wir uns mal die Punkte hier ab. Hier sind auch noch Gegner. Ah, das sind Flattpanzer. Kümmern wir uns mal. Oh, der ist abgebreitet. Wuuu! Wumm! Wumm! Ja, dann... D, Swamp. Das halten wir. Ähm... Wahrscheinlich da hinten B oder so. D immer noch? Aber warum? 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 Nur für den Augenblick. Den Kick. Ja, ja. Vielleicht oder vielleicht auch nicht. Und kurz einen Blick auf die Uhr werfen. 18 auf 15. Alles klar. Weiter geht's. Und schon hab ich Philippe... Philippe... Fli Seppe aus dem Auge verloren. Hm. Ah, B. Okay. B! Run, Boy. Run! Kann ich B von unten einnehmen? Nein. WEC, WEC, WEC. Kurz zügig über diesen blöden See. Da hinten sind scheinbar Gegner. Na, A glaube ich, so wie der dahin sprintet. War noch nicht grad. Ah, okay, ist down. Checken wir mal kurz das Haus hier. Aber eigentlich dürfen keine Gegner in Range sein, weil sonst wäre das ja oben angezeigt. Richtig. Richtig. Das heißt, wir können uns mal einen Spann-Muni holen. Hallo. Danke. Und weiter geht's. D-Verlehmt. Und hier ist irgendwo ein Sniper. Das klang sogar recht nah. Epsilon? Ähm... Äh... Äh... Nicht, wenn ich auf die Map gucke. Und wie auch der hockt da drüben. Na, wir haben gewonnen. Wuhu. Hallo, Schlubiara. Moin, moin. Huui. Victory. 35-0. Oh. Schon knapp. Sind wir bei Squad? Yes! Sind wir. Geiler Shit. Next Round. Ah, ich will weiter mit dem Typen spielen. Der ist... Also... Ich mein, die Stats... Sind wir jetzt von mir bescheiden. Aber ich hab Punkte gemacht. Gut, das war viel durch Medic. Aber auch viel durch dieses Einnehmen und so weiter. Das ist cool. Ich hab so ein paar mehr Kills. Na, na, na. Richtig solide. Und der Junge kann wenigstens Befehle geben. Mich verkackt das ja als Squad Leader. Und dann ist es eingenommen. Äh, 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 äh. E oder D oder A. Äh, äh, äh. Das. Und dann laufen alle die andere Richtung. Also so oder so ähnlich passiert das. Und immer wenn ich Befehl gebe, werde ich auch abgeschossen, weil ich es nicht so schnell hinkriege. So, so, so. Äh, achso. Oh, die Waffe hab ich. Für wen ist die eigentlich? Semi-Automatic Rifle. Das ist wie... Blibli, 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 blibli. Wer hat die denn bekommen? Das ist eigentlich du ja haben, ne? Nee. Ich muss also den eigentlich mit dem hier weiter üben. Wer hat die denn bekommen? Ups. Versuchen wir es mal damit. Versuchen wir es mal damit. Versuchen wir es mal damit. Oder erst mal wieder Medic. Ah, ich spiel mit Medic. Ah, ich hab die falsche Waffe. Diesmal hab ich die falsche Waffe. Oh, Muni. Ähm. Da sind wir sonst noch was Sinnvolles bauen. Nein. Scheiß drauf. Auf zu D. Und schon sind wir erster. Das ist so geil. Ah, hier kommt man nicht durch. Doch, Treppe hoch und dann durch. Oder nicht. Oder nicht. Oder nicht. Oder doch. Nein. Schade. Kein Thema. Kein Thema. Ich will Punkte für die. Nein. Gib mir Punkte. Nein. War ich zu doof. Dann geht es jetzt weiter. Wahrscheinlich. Die verteidigen. Ja, jetzt wird es erstmal. Jetzt wird es brutal. Jetzt treffen wir mich Fronten aufeinander. Ähm. Eigentlich müssten wir da drüben doch da. Und da. Wieso ist der so schnell dort? Uiuiuiui. Freunde, Freunde, Freunde der Nacht. Oh, okay. Da sind noch viel mehr. 1-0. Ah, jetzt will ich ja. Wenn ich sterbe, kann ich die Waffe wechseln. Allerdings, wenn ich sterbe, verlieren wir ein Ticket. Für wieder, für wieder. Aufgehoben werden ist besser. Aber ich glaube, hier ist, äh, kein Arzt in der Nähe. Nope. Dann können wir mal fix, ähm, schnups. Die MP40 weiter ausbauen. Und wir setzen da jetzt auch mal so ein Standard-Ding drauf. Schnups, equip. Spawny, spawny, spawny. Na? Waffen freischalten hier weiter. Komm schon. Na, das war halt. Was? Your class you have selected is violating the server rules. Ach, cool. Dann spielen wir halt doch den. Warum? Ich raff das nicht. Den Back hatte ich gestern schon mal. Das ist richtig... Nervig. Nein! Ah, hinten. Jetzt wollte ich gerade den blöden Panzer umlegen. Da kommen sie um die Ecke. Hier ist mir irgendwer. Ihr müsst mir helfen. Ihr müsst mir helfen. Nein. Keiner. Hallo. Niemand. Ah. Let me spawn somewhere at your station in combat. In combat. Warum bist du denn nicht mehr in combat? 3, 2, 1. Jetzt. 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 Tatsächlich. Uiuiuiuiui. Mh. Meine falsche Sekunde. Die falsche... Hallo? Medic? Ah. Moin. Du. Hier. Oh, da war der Panzer gar nicht. Nein. Flip Save is raus. Dö. Dö. B. Schade. Ich dachte ich hatte das Dynamit noch. Aber scheinbar ist dem nicht so. Ah, was machen wir denn jetzt? Kacke. Ist der beste Mann draus. Und ich bin Squad Leader. Aber unser Squad hält zusammen. Das ist schon mal cool. Daraus kann man was machen. Tech Order läuft auch noch auf B. Ha. Gotcha. Oh. Und wo kommt das? Ist das ein Panzer? Oh ja. Nein. Arrr. Churchill. Guter, alter Churchill. Ich bin der Lady. Hilf mir. Mein Squad ist schon da hinten. Mein Squad ist klüger als ich. Wie hat er das denn vorhin so geil geschafft mit dem. Man kann den ziemlich gut umlaufen. Ähm. Ich bin natürlich nur meine Mine weggeschmissen. Fahren doch in die Mine. Ha. Sehr gut. Guck mal. So. Jetzt da rüber. Okay. Wir haben das Ziel. Dann ähm. weiter geht's. Ich muss nur dran denken rechtzeitig meine hier die Bonus-Dinger einzusammeln. Sneaky Peaky. Schieß doch nicht so wild. Ich werde dich und kann dich auch nicht holen. Ich werde dich und kann dich auch nicht holen. Okay. Ich werde dich. Nee. Lü. Ach. Hier. Was ist das? Nein! Ach, ich wollte einfach nur in Ruhe eine Mauer bauen. Oh, das ist auch ein bisschen buggy gerade. Eigentlich kann man hier die Kamera bewegen. Scheinbar nicht. Oh Gott, erschreckt mich doch nicht so, mein Freund. Nein, nein, nein! So wird das nichts. Aber A verteidigen ist gut. Wir kriegen, wir kriegen das hin. A verteidigen ist D einnehmen. Ich will A weiter. Wir müssen A kriegen. Oh, das war im Panzer. Ah, weg hier! Level 30 bei Lull. Nice! Von der Brücke? Ja. Das hätte mich auch gewundert. Level 30 bei Lull. Welchen Champion zockst du eigentlich am liebsten? Entschuldigung, ja. D halten. Halten wir D. A nicht kriegen. Hier muss auch irgendwo Muni sein. Oh, da sterben Leute von uns. Was? An was? Hey, was ist denn das für ein Winkel? Ach, da drüben in der Hütte. Brrrr. So wird das hier alles in allem nichts. Es hat auch keinen Sinn. Ich bin kein guter Squad Leader. Wir müssen irgendwie ein anderes Squad kommen. Wie meint das Squad hier? Habe ich? Nein, das ist geschlossen. Dann wird Anni jetzt mal promotet. Damit ich mich da nicht mehr drum kümmern muss. Alter! Dieses Spawn-Man. Geht ihr die Party ab oder was? Ja, tschüss. Ja, komm. Die können wir auch. Deploy. Aber ich muss mit dieser Waffe lernen umzugehen. Das kann doch nicht wahr sein. Vielleicht muss man die anders spielen. Aber auf Nahdistanz kriege ich es nicht hin. Ich kriege es nicht hin. Das ist mir zu krass. Ja, versuchen wir es mal damit. Aber das ist auch nicht unbedingt. Ist das hier eigentlich rein kosmetisch? Ja. 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 die nicht mehr gut sein. Nein. Das war keine gute Entscheidung. Das war keine gute Entscheidung. Ach, der ist schon tot. So wird das nichts. Wir wollen ja schon gewinnen. Versuchen wir es mal damit. Oh, da ist aber der falsche Aufsatz drauf. Jetzt dürfen wir D verteidigen. Der ist doch gerade da unten rein oder nicht? Liegt der da links? Ach der holt mich doch. Ist das der Typ? Nein, nach über mir. Der hat gewartet bis sein Maid... Ah, jetzt sind alle da gespawnt. Legt die um und holt mich. Schade. Dann halt nicht, dann wird das hier halt nichts sinnvolles mehr in der Runde. Die letzte Runde lief so gut. Ah, ich hätte auch bei Ace bauen können. Das wäre auch effektiv gewesen. Was höre ich da? Ein Panzer? Oh ja. Das ist, ähm, suboptimal, möchte man meinen. Irgendwo dahinten. Ich sehe sie halt auch nicht und treffe auch nicht. Ach, in dem Haus liegen sie. Hilfe! Ja. Brrrr. Warum? Hm. 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 Wie ändern wir das? Gehen wir jetzt erstmal in Noob-Modus? Damit hier irgendwas klappt. Mit der Waffe komme ich nämlich sehr gut zurecht. Aber es ist halt... Hm. Boah, bumm. Ach. Da fehlen... Da fehlen die Millimeter. Weniger sterben wäre eine Option. Ja, aber weniger sterben ist halt weniger stürmen. Ich mag es so gerne irgendwo hin zu sprinten und alles umzuheizen, aber das funktioniert halt nicht. Ich bin mir halt ein bisschen vorsichtiger. Okay, warum bist du tot und kann ich dich holen? Ja, er holt ihn schon. Dann sei es ihm gegönnt. Ich höre doch einen Panzer. Wo höre ich den? Ich sterbe, helf mir! Aber sterben... Scheiße! Scheiße, helf mir! Ach, das ist kein Medic. Schade. Sterben ist so leicht. Ich treffe halt nichts. Und wenn ich nicht treffe, dann sterbe ich, weil die Gegner mich abschließen, bevor ich... Ist das eigentlich logisch? Ich brauche es nicht erklären. Krrrrrr! Man hat mal Gut, man hat die Schlechte, man hat mal Gandhi... rund nicht... Wieso verlieb... leben wir denn jetzt schon wieder? Hallo? Aha. Guck die liegen immer so... Nischen. Die Feiglinge. Spielen wir mal ein bisschen vorsichtiger. Aha. Von da hinten können sie mich halt auch holen. Ich verlagere meine Position. Vielleicht hier hin. Wollen wir uns mal leben nach. Achso hab ich voll. Na gut. War schon. Ah. Habt ihr das gesehen? Es war links, rechts, links, rechts vorbei. Aber jetzt haben wir ja getroffen. Am Ende. Aber es war halt schon wieder... Hier will ich nicht rein. Es war halt schon wieder schlecht. Und der ist abgeprallt. Ich errechne gerade. Habe ich noch einen? Jetzt ist es aber weg hier. Überrannt. Gucken wir mal vorsichtig was hier so geht. Was war das? Eine Mine? Aber wo sitzen die denn das hier? Ich muss hier das einnehmen können wollte ich grad sagen. Da scheinbar. Jetzt stehe ich natürlich sehr offen. Ah. Das war ja gar kein Gegner. Schmeißen wir mal ein paar Mien dahin so. Schnubidup. Delta auch. Dora. Wieso hatte ich... Drova im Kopf? Also irgendwie Drovo. Bravo und... Huuu. Moin. Wo kommt ihr denn her ihr kleinen Ratten? Da holt man sich nichts ahnend... Leben. Da hocken die. Könnt mich mal irgendjemand von euch aufsammeln? Alle keine Medics? Niemand? Keiner? Da. Komm schon. Nein. Lauf. Ah. So nah und doch so fern. Muss mein Squad eigentlich... Tod. Ah und da hinten bei dir gespawnt. Nicht hier. Schade. Machen wir das. Hm. Ne. Hier werden die nicht kommen. Ich glaube eher hier. Ah. Hier kann ich... Guckt mal nur in den Innenhof. Erstmal Muni schnappen. Stups. Ist grad unser Med gestorben oder? Nein der hat überlebt. Könnt ja versuchen ob man sich hier drüber sneaken kann. Hup. Äh. Zieh dich hoch. Ja. Hup. Oh. Schade. Ähm. Das ist die Frage wo hier die Leiter ist. Oh der war zum Glück. Pfff. Lauer als ich. Verdammt. 9,14. Och Gott ist das bitter. Ne. Das ist inakzeptabel. Wir waren die letzten zwei Runden das beste Squad. Oder war ich Zweiter? Ja. Und Squad made erster und nicht Zweiter. Das war solide. Ja. Aber das hier ist jetzt einfach nur noch Bullshiterei. Und Spot im Wasser. Alles klar. Danke dafür. Jüpscher. Ah. Links. Rechts. Überall. Mich jemand holen kann? Ich bin erledigt. Hilf mir. Ich bin nicht so sicher ob die das schaffen. Ich sterbe. Ich brauch Hilfe. Ne. Das ist kein Medic. Aber wenn es einer schafft ne. Das wäre ja schon. Ich bin verletzt. Hilf mir jemand. Okay. Ja. Das Haus ist halt einfach zu voll. Das wird nichts. Haben wir die jetzt schon verloren? Combat. Tod. Tod nenn ich das mal. Dann fahren wir jetzt hier rüber. Da können halt Gegner drin sitzen. In dem Raum da. Scheinbar. Scheinbar. Will da aber keiner sitzen. Halleluja. Ja. Ich wusste nicht, dass sie. Oh. Ah. Uh. Moin. Hihi. Jetzt nehmen wir uns mal ein bisschen Munition. Nehmen D. Solide ist fix ein. Rushen hier rüber. Und laufen einfach in 6 Gegner. Warum passiert immer mir das? Oh. Hier sind 4 Medics rum. Ah. Drei Medics rum. Hallo. Ich weiß. Ich lieg hier in der Einflugsschneise. Aber. Nice. Ich geh auch zurück. Ich steck mich erstmal wieder hier hinten. Guck mal, dass ich irgendwo solider das hier abcampen kann. Wenn wir hier vorsichtig über die Ecke loomen. Ah. Wir haben B. Da liegt doch einer, Leute. Nehmt das. Ich will irgendwie nicht hier. Wir. Äh. Wir wollen über Bravo zu ab. Oder? Ich denk das ist das Glückste. Nicht hier über das Wasser. Ah. Das Geschütze. Ich würd so gern. Geschütze machen Spaß. Können wir. Bravo mal wiederholen. Warte. Hinter mir liegt ein Mate. Na. Guck ich jetzt gar nicht an. Bitte sieh mich nicht. Er hat mich gesehen. Heb mich auf. Ich hab dich vorhin auch nicht aufgehoben. Das tut mir leid. Wo kamen die Schüsse her? Wo kamen die Schüsse her? Und schon wieder Bravo. Das ist 100. 14 zu 130. Das ist knapp. Das ist knapp. Das ist knapp. Knapp. Können wir das denn machen? Das wollen wir mal da. Oh. Wir verlieren ihr Mehl. Eh. Und Cäsar auch? Hm. Stopp. Zurück. Das kann ich auch. Oh. Rechte Flanke. Na. Bleiben wir mal kurz hier. liegen. Kommt die da jetzt nicht hoch? Na gut. Hier auch nicht. Oh. Hinter mir. Ha. Oh. Das ist ne. Das ist ne Einflugschneise. Das hat weh getan. Oh. Uns gehört doch alles außer Emil. Dann holen wir uns jetzt Emil. Was geht das? Ein Befehl. Ein Befehl. Wir fordern Befehle. Wir fordern Befehle. Wir fordern Befehle. Hm. Irgendwie kamen die Granatenanimationen. Nein. Leg den um. Linke Seite. Ist der da? Dann heb mich hoch. Mr. Eisenhelm. Wie kannst du denn da durch was sehen? Wupp. 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 Da sind wir auf die Leiter gespawnt. Die liegt drin oder? Die liegt drin. Ja. Die liegt drin. Objective taken. So. Der ist leider noch ein Mate verreckt. Oh. Haben wir gewonnen? Yes. Irgendwie. Aber war nicht unsere Leistung. War nicht unser Verdienst. Nein. So gar nicht. 11.188. XP. Oh. Was muss ich da machen? Damage Enemies für 200 Punkte mit einem Tank. Ich spiel nicht so gerne Tank. Aber. Okay. Was soll ich sonst noch? Upcoming. Mhm. Ah. Okay. Not so well. Ich will mir mal eine Runde Tides of War. Nicht Tides of War. Ähm. Great. Operations. War Stories. War Stories. War Stories ist der Singleplayer. Den spielen wir nicht. Hm. Keine Ahnung wie das hieß. Ah. Die. 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 Wo ist eigentlich Ari? Der beschwert sich doch immer, dass er nicht da ist, wenn ich streame. Hat der. Der hat doch Frühschicht die Woche. Hm. Das doofe ist. Ich kann hier bei diesem Spiel nicht mal eben raustappen. Ich weiß nicht woran es liegt. Aber dann flackern beide Bildschirme. Der Ton ist weg. Es flackert. Ich komme wieder ins Spiel. Ich komme wieder aus dem Spiel raus. Es geht so fünf Minuten. Dann habe ich es irgendwann geschafft rauszutappen. Grand Operations. Schnupp schnupp. Oh du bist da. Aber du hattest noch nichts in den Chat geschrieben. Dann ist alles gut. Hattest du schon was in den Chat geschrieben? Habe ich dich überlegt? Nein. Aber wenn du da bist ist ja alles. Dann habe ich äh. Dann habe ich nichts gesagt. Nehme alles zurück. Überhaupt das Gegenteil. Sorry. Sorry Molly. Ist du die Lull? Die Lull? Die Lull ist zurück. Ja, 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 ja. So. Schöner Arrow Code 5. Dass hier Squad voll ist. Ich will aber in den Squad. Wir sind. Angreifer? Angreifer sind spiele ich die. Squads. Da. Lass mich da rein. Ja. Wir sind Angreifer. Pläume mal da. Achso. Bist eher so der Stille. Okay. Ah, okay. Okay, wenn du nebenbei zockst ist ja alles gut. Verdammt. Ich sehe den Chat nicht ganz. Da fehlt so ein Stück vom Chat. Haben wir beide direkt. Und dann ist abgeschnitten. Oh, ich sollte mal raus. Ui. Äh. Hat sich jemand die Bombe geschnuppt oder liegt die da immer noch? Ja. Gib mir die Bombe. Schnups. Das doof ist jetzt werde ich markiert. Naja. Ah. Auf mich wird fokussiert. Okay. Das müssen wir. Das müssen wir. Wir brauchen. Ah. Ich hätte Medics nehmen müssen. Ähm. Oh. Hier geht's. Hier geht's nicht weiter. Brrrr. Wir hätten Medic nehmen müssen, damit man Smokes werfen kann. Damit hätte man die zu smoken. Oh. Guten Hunger. Äh. Zu smoken können. Genau so. Ja. Perfekt. Ui. Sniper irgendwo auf der rechten Seite. So ist. Die sehen mich halt trotzdem durch die Smoke. Ey. Ich muss erstmal gucken wie ich da jetzt irgendwie rankomme. Mal das irgendwie schaffen hier. Ist irgendwo eine Frau gestorben. Äh. Fix hier hinschmeißen. Ja. Wir müssen zu A. Hebt er. Auf. Ah ne. Das ist Made. Ha. Denken wir uns mal hier hin. Ich könnte hier. Nein. Jetzt hinter mir. Höh. Der hältst nicht auf die, wo ich die Nachhut. Bitte. Ich brauche Hilfe. 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 Warte, es hat geklingelt. Eine Sekunde. Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Schade, hätte ja funktionieren können Ich glaube nicht, dass hier... Nee Ich glaube nicht, dass hier jemand in der Nähe ist Schade Was? Warum bin ich denn... Ach, ich wollte ja jetzt Medics bauen Hab ich nicht gemacht Die machen wir kaputt So, die machen wir doch nicht kaputt Kacke Ich mag diese erste Angriffsphase Komme ich nicht zurecht mit Hallo Okay, wir haben irgendwas kaputt gemacht Medic Spawnen Und smoke Und smoke Das war jetzt für meine T-Mails nicht so geil Von wo denn überall? Ich sollte dahinter smoken Keiner, den ihr kennt Keiner, den ihr kennt An der Tür Okay, danke Dafür Ja, ich hasse Ich habe einen Camper-Squad schon wieder Ui, auf mich wird geschossen So Da sind so viele Also sind echt viele Ich habe es ja da Kacke Ich habe hier null Übersicht Leider kam ich nicht zu den Leuten hin Aber wir haben ein Objective kaputt gemacht Und ich habe eventuell ein bisschen was geholfen Mit den blöden Mit den smokey, smokey So So Ein bisschen die Sniper da hinten mal weg smoken Oh, erstmal hinlegen Irgendwo hänge ich hier Ah, ich brenne sogar Kacke Jetzt bin ich verbrannt Weil ich da in diese blöden Nö, warum durfte ich nicht Habe ich auf Nein, weil ich verbrannt bin Dann kann man keinen Finger in die Wunde stecken Weg, weg, weg Hier runter Immer links Mein Freund Danke das kann doch nicht wahr sein dass da so viele gegner sind die rushen ja richtig ne ich glaube hier holt mich kein arzt wir haben nur noch 46 tickets und zwei wir müssen halt dahin machen so ich komme halt auch nicht wirklich rüber gerade weil hier halt die gegner der kommt mir in meinen hintern schießen und ich konnte nicht zurückschießen ich mache natürlich auch unseren sniper das leben schwer mit den smokes jetzt kommt da auch aber das ist vielleicht besser so nicht zielen wo ich brenne ich brenne schon wieder einer ich liege in deckung hallo ich liege ja fast in deckung wenn du nur smoke hast kannst du mich auch holen wo sind denn die ganzen medics die ich hier sehe komm schon oh close oh ich wollte nicht medics ich wollte das dann sehr gut wiederbelebt ah ok die zeit ist um er hat drei immerhin zerstört die wie laut ist eigentlich der ton vom spiel bei euch geht das das kommt mir so leise vor also auch was die 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 pegel sagen also kein ja aber es ist die diese maps sind auch noch so heftig machen wir das denn okay wenn es bei euch gut ist dann ist okay ich will mir wirklich sniper das klappt doch nicht das sniper wahrscheinlich alle da krieg ich auch nichts hier spielen wir medics geht hier immerhin um tickets geht sie um tickets denke ich noch ein cooleres squad vielleicht ich finde es cool dass hier auch alle dann scheinbar spielen 22 sekunden noch das ist wieder redeployed ah im fahrzeug wollte er rein alles klar 654 ton ob der ton bei euch gut ist gibgummi gibgummi ich verrecke hier oben sowieso als erster wird da legt sie um ich muss hier raus ich muss hier raus überlebt nein was hätte ich denn machen sollen da ist ein stück muss er denn nicht von uns sein ich glaube nicht dass hier mehr die kommt ja doch es geht um tickets nur das ding es ist conquest sind beide unsere hier ist heftig und dann los unlucky was wollen wir mal bei dem jungen mann alter was schreibt der denn ist ja nicht sehr höflich raus hier. Haben wir Befehl? Ah, wir haben A als Angriffsbefehl, na gut. Hier muss man auch nix bauen, sehr gut. Dann holen wir uns ein wenig Grenade Money, das kann ich. Ich lege hier zu offen und wieder zurück. Machen wir mal ein MG-Nest auf. Aua, das hätte auch schlechter laufen können. Ui, 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 ich wurde entdeckt, ich wurde entdeckt. Ha, der wollte mich messern. Zum Glück habe ich mich gerade noch hingelegt. Beginnt ja wieder gut hier, 6-10. Easy. Bringt ja nichts schneller zu sterben, können wir auch nicht schneller wieder ins Spiel. Will ich denn wirklich Versorger spielen? Ja, hier mal reparieren wir mal. Das gefällt mir. Hier springen wir mal ab. Was, warum ruckelt es? Ah, auf diese Felsen kann ich scheinbar nicht legen. Wer braucht Money? Hier kriegt Money. Das ist von mir alles. Was, von wo? Wo? Wieso hast du mein Heim gesehen? Kracke. Hat schon wieder kein Kill gemacht. Ich bin nicht sehr wertvoll für unser Team. Ich bin nicht sehr wertvoll für unser Team. Ich bin nicht sehr wertvoll für unser Team. Der Planpunkt, die du entdeckt hast, ist nicht länger möglich. Warum nicht? Checken wir mal kurz die Ruin hier. Ah, das war ein Sniper. Das war mein Glück. Heileluja, schreckt mich doch nicht so. Bin ich nicht. Wo ist schon wieder dieser Bug? Keine? Kacke. Ey, warum halte ich die Panzerfaust nicht? Und warum liege ich im Boden? Und warum überrennt ihr den Punkt? Und wieso ist der Himmel grün? Blau. Keine Sorge, der ist blau. Da würde ich mir echt Sorgen machen. Bei dir Brudi. Alles cool. Wir regeln das. Kein Swat Assist bekommen. Ich habe halt schon. Da ist Munition. Da ist Munition. Nein. Das waren zwei gute Kills. Und jetzt ist hier keiner, der mich aufheben kann. Vielleicht schafft er das. Vielleicht schafft er das. Medic! Irgendwie fehlen aber auch die Stimmen, ne? Oh, die Illuminaten ist auch gut. Stimmt. Muni, danke. Jetzt haben wir was gegen die Panzer eigentlich. Warum? Ja. Sorry. Ich war gerade am gucken, warum ich nicht die Panzerfaust spielen darf. Was ist denn das für ein Bug? Hat es einer von meinen Mates überlebt? Ja. Nein. Warum durfte ich denn die Panzerfaust nicht spielen? Nicht spielen. Und wo? Das wird so furchtbar schief gehen. Ok. Good work. Objective able taken. Was ist das? Okay, jetzt wurde ich gejagt. Okay, wenn wir George... Darf ich jetzt wieder die Panzer vorspielen? Yay! Sehr gut. Endlich. Endlich. Ich muss einen Blick auf mein Handy haben, weil ich heute Abend noch Besuch bekomme. Irgendwann und dann beende ich den Stream. So. Hallo. Freunde der Nacht. Du Sniperst? Ich jogge. Geht schon. Wir schaffen das. Jetzt oder nie. Oder. Yep. There is always a reason to explode. Das sind wahre Worte. So. Sind wir gleich bei D? Nee, D ist da hinten. Jetzt gehört der ganze Rest. Nein, A verlieren wir und F verlieren wir. So. Machen wir jetzt mal Befehle. A. Wo ist A? Nee, Karte. Da. Okay. A kriegen wir schon wieder zurück. Dann auf nach C. Auch wenn der Befehl natürlich auf D liegt. Wahrscheinlich mein restliches ganze Squad da liegt. Aber wir haben C verloren. Da ist doch kein Freund. Kriechen. Schliechen. Von wo kam das? Flieger. Gucken wir mal was. Was? Ist der auf einmal hinter einem. Schade. Ich glaube es wird nichts. Schade. Schokolade. Hier bei der Action mal spawnen. So. Jetzt geht es hier auch rund. Hier ist mal eine Granate drin. Dann machen wir jetzt die Feinde aus, finde ich. Hui. Erstmal nach rein. Sag mal, war da nicht gerade einer? Ist der tot? Wann weg. Panzer. Mach mal mich die, 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 die. Mach mal. Hihihi. Nein. Ah, Kacke. Da hat der Panzer mich gesehen. Das hat auf jeden Fall meiner Kante wieder gut getan. Aber ich wollte ja eigentlich, ja mit dem Gewehr räume ich natürlich Kills ab. Aber das, ja. Ich will ja eigentlich auch die anderen Sachen lernen. Kann ja nicht sein, dass ich immer mit der einen Waffe spiele. Oh, ich hab das S-K-2. Ja, ja, ja. Guck mal. Customize. Ja, ja. Ja. Iversize. Ähm. 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 Das hier ruhig. Hui. Will haben. Will spielen. Will. Spielen. Oh, das Gewehr hab ich schon bei, ähm. Oh, hier ist immer noch. Hat was los. Eine Lewis Gun. So, so. Kann mich hier irgendjemand aufheben? Eventuell. Hallo. Nein? Nicht? Schade. Ähm. Da links. Ah, es waren Mates. Nur ohne Dot überm Kopf. Wir sollen sie verteidigen. Ah, hier sind schon wieder Gegner. Alert. We have lost objective, George. Ähm. Die Frage ist, wo? Nein, der Radius ist groß. Sneak uns mal. Hier vorne, ne? Ich habe Hoffnung, dass die hier auf dem Hügel sind. Nope. Wo kamen die Schüsse? Ah, 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 okay. Mhm. Jetzt weiß ich, wo sie sind. Auf der Ruine. Hä? Soll nicht sein. Bitte, fett. Ja, und du Snipers schön da hinten. Oh, Panzer, Panzer? Wo sind wir denn hier? Bum, 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 bum. Nein. Soll es, wir steigen mal aus. Wagen wir uns in die Wand. Und? Hm. Nee. Ja, spring da drüber. Oh, die Smoke, die kam gut. Mama, ist der Panzer besetzt? Oder nicht? Soll ein anderer Haus finden. Rennen, einfach rennen, rennen. Hopp. Wo sind die Gegner? Die können ja vorne auffüllen. Ja. Ja. Schade. Den jagen wir aber. Hm. Wurde er. Ah, der wurde erschossen. Na gut. Wir fahren in den Sonnenuntergang. Was soll ich denn wirklich rein? Ist denn noch ein Platz frei? Ah ne, ich bleib lieber drauf. Besser reagieren. Ähm, wir fahren Richtung C. C ist auf der Seite. Und C ist auf der Seite. Ja, das ist mein Taxi. Hier steige ich aus. Lern fliegen, du Penner. Aidsnute. Interessante Beleidigung. Oh, ich hätte doch noch mitfahren können. Ich habe mich mit dem Hügel vertan. Ah, die Haltestellen, ob alle hier gleich aussehen. Hüi. Lüfte. Sind die überhaupt Gegner? Schauen wir mal. Nö. Toll. Aber hier ist ein Muni. Müssen wir die noch bauen oder? Die müssen wir nicht bauen. Ja, komm. Warum funktioniert das nicht? Okay. Bester Mann. Nee, ich will auf die andere Seite. Ob ich ein bisschen Deckung von da oben, von den Snipsern habe. Ah, das dauert jetzt erstmal. Ja, bis wir da drüben sind. Mhm. Aber wir haben C wieder verloren. Ne, das ist ärgerlich. Aber jetzt können wir uns auf das, was vor uns liegt. Man ist halt mobiler, wenn man hier liegt. Klar, das MG da oben hat unendliche Munitionen und das ist recht durch. Schlagskräftig. So, das ist diesmal meine Haltestelle. Okay. Mussten wir einmal wegsprengen. Jetzt kann ich hier hoch und hier oben kann ich. Was? Von wo? Ah! Einer. Ist da noch ein Mäd? Was ist das denn? Ui. Tu mich nie so erschrecken. Bitte. Ein Kopfschuss. Zeig das Köpfchen. Das ist irgendwo Feuer. Nehme ich F eigentlich nicht mit ein? Scheinbar nicht von da oben. Aber die Punkte wollte ich mir nicht nehmen lassen. Holen wir uns jetzt neue Punkte. Ja, jetzt haben wir die natürlich alle. Geht es weiter nach G oder? Das ist die Mission. Gehen wir natürlich heftig. Geh es immer kritisch. Bin nicht so leicht. Ja. Hier hat er den Angriffsbefehl bekommen. Es ist G. Da vorne ist ein Mäd. Ich bin hier und da hinten ist der Rest. Das heißt wir warten vorsichtig. Vorsichtig offensiv nenne ich das immer. Soviel zu vorsichtig offensiv. Ich habe da einfach einer den Berg hoch gestampft. So will das natürlich nicht. Ui. Ah, ich von den. Uns? Ob der mich kriegt. Oh, hier ist ein Medican. Ah. 19 Meter. Wo bist denn du? Wo sind wir? Ach, wo ich so gehe. Ach, das ist hier wieder der Gude. Kleiner Idiot. Warum schießt ihr denn da drauf? Kann ja nicht wahr sein. Und warum habe ich nur noch halbes Leben? Ich muss nur noch einmal raffen. So, Emil also. Hallo? Nobody knows the trouble of seeing. Scheinbar sind hier keine Gegner. Spawnt aber bestimmt gleich welche. Oder möchte ich gerne auf der anderen Seite sein. Hier zum Beispiel. Ja, ja, ja. Ich hab nix zu wei. Fuck. No, mate. Das ist auch kein Mediziner. Einmal regeneriert, aber nicht voll. Der kann halt überall gespawnt, ist okay. Was hier? Hallo. Ich hätte mir natürlich gerade mal auch Leben holen können. Ich deppert. Schau mal, geht da um? Wir müssen sowieso uns Leben holen. Na ja, dann können wir auch hier lang. Danke. Geh. Mal. Zu geh. Haha. Du bist schon wieder feindlich. Ein, zwei Marine-Infantationen. Christen. Und du bist wieder blau. Toll. Vielleicht sollte ich mal bei meinem Squad bleiben. Quatsch. Sie haben mich geschafft. Ich brauche einen Mediziner. Das ist ganz wichtig. richtig das verstanden richtig richtig sehr gut damit auf der anderen seite ich wollte gerade checken aber scheinbar nicht bist du nicht medic hallo nein hol mich ich dachte schon du springst runter müssen hier stacheldraht auf jeden fall punkte fürs capturen muss irgendwo nur sold sein da irgendwo da bewegt sich nicht da bewegt sich nachts ach da oben tatsächlich das ist bedauerlich nein nein keiner schade ich hasse das da oben guck mal da liege ich tiger at sea ok ready to spawn moment um was kämpft der hier nein das ist ein sniper den würde ich nicht spawnen raus hier Panzer bringen mir einfach kein Glück Panzer bringen mir einfach kein glück Panzer bringen mir einfach kein glück Pfff wissen wir hä ich dachte wir auf karl so lang wieder mich angestarrt willst du mich verarschen gut du hast keine flügel mehr hinten ist hier auch noch ein sandsturm und emil verlieren wir oder gewinnen wir gerade gewinnen wir aber hier ist ein mate eigentlich ich will mit erobern ja das will ich mit erobern ich will mit erobern wie das ich will mit erobern moin ich will ja ich will ja nach vorne also ist jetzt nicht so dass ich hier kämpfe an der ecke schade ah das ist ja eine ich wollte vergessen dass das eine grand operation ist auch gottchen da geht er jetzt noch Ich will den Tüppig. Mhm. Ja, hab's gleich. So. mit der german army deadlocked in halalala ja 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 woop woop das ist der sound der polis woop woop das ist der sound den ich woop 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 die mag ich dagegen wieder dies die macht bock dann man richtig die so intensiv so heftig dass der also mich nicht gut ich habe meistens hier verloren aber es macht bock diese punkte dem punkt und das da hinten ist auch so geil nachher ich habe mir soweit aber ich bin mal ein bisschen medic die hat ja die hat ja inzwischen einen guten passt das im smoker hat dann haben wir hier noch was anderes eigentlich amerika fix healing position for squatter group defend und prepare kochen hier wir wollen ja russen halten wir das 14 sekunden ich habe ganz was aus dem ich habe ganz ich habe ganz viel zu langsam und ich werde definitiv zu schnell in der runde sein Aber macht ja nichts. Das ist ja nur ein Spiel. Eigentlich hätte ich nur noch ein Roter zugeben. Ja, ja krass. Ach so. Du ja. Warte hoch. Wollen wir empfehlen? Ja, gut egal, oder? Ja, gut, oder der da? Ansonsten abgehört hier ist Krieg, aber man muss ja mal essen. Schon der dritte Tag hier. Mhm. Hm, hm, hm. So, ich komm ich nicht drüber. Sorry. Hm, hm, hm. Habts gleich. Wo, 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 wo. Wo, 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 wo. Dann müssen wir mal süß. Hier A einnehmen. Die kleinen Befehle. Oh mein Freund. Na. Hm. Hm, steh auf. Oh, da liegen Minen. Die sind schon da. Okay, 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 okay. Wir kriegen das hin. Hm. Dann... Bleib mal nach in Ruhe. Panzer. Und jetzt... Nebeln wir die da schön solide ein. Steh auf! Hier zählt jedes Ticket. Okay. Über diesen Hügel gucken ist ziemlich... Hm. Gut halt. Danke. Hier, nehmt... Äh... Medizin. Das scheinbar schon. Ich bräuchte mal... Kacke. Wir machen wir. Ja. Ja... Wie machen wir? Aha. Ja... Ich weiß nicht, ob ich... Ah! Ich habe keine Smoke! Habe ich den... Widerbelebung bekommen? nein schade hallo und nicht den komm schon wo der typ da ist irgendwo einer an zwei meter entfernt Yes du bist mein Held Ah Kotte 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 Kommen wir irgendwie Wir brauchen mal hier Achso So blöder Penner So hierfür haben wir jetzt wieder einen Schuss Wird jetzt mal dazu gesmoked So nämlich Jetzt verlagern wir mal die front Kommt mit wir müssen von diesem hügel runter Kommt ihr jetzt hier runter Oder ja nicht so wir müssen nämlich So Ach nee hier ist Hier gibt es immer nichts mehr Jetzt haben wir nämlich auch wieder Nebel Ähm Ja gut Ah haben wir Ah ich wollte mich gerade hinlegen Schade Na warte hier müsste eigentlich genug rumlaufen dass mich aufheben könnte ich Aber scheinbar doch da kommt ein Medic Jawoll das ist Mister Gewoll mich Sehr gut Na jetzt checken wir noch mal Oh Oh stopp zurück 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 oh fuck macht kleinen bumm danke ich hab dich oh freunde der nacht steht auf auch du ist nicht da gelandet wo sie sollte wir müssen hier das zunehmen sonst haben die das war keine uns hoffe ich war nämlich sehr schlecht so und ha die mal zu wieder einer weniger steh auf oh nein hier ist irgendwo in dem gibt du stehst auch auf wo das gibt punkte wollen wir aber mal wieder muni sonst wird das hier nichts ich komme zu dir jetzt steh auf so erstmal wieder da hinten nebel hinschmeißen ja gut dann werden wir mal wieder an die front da hinten werden wir ja nicht gebraucht aber dass die da hinten nix sehen die dürfen einfach nichts sehen so oh 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 das war gekenn rrr sehr gut oh von links wo kam das hier mein freund na ok da links sind also auch welche da müssen wir da sind welche ähm ja ich kann mich ja nicht ran sorry ah aber in euch komme ich squad revive ah warte wir haben drei schuss hiervon warum ähh tschüss und jetzt mucken wir ja auch mal ab ah ok das waren zu viele das sind gut punkte gebracht kann mich jetzt mal jemand holen ja 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 holt mich einer zack dich kann ich auch mitnehmen mein freund hier hinten liegt ein maid nein warum achso der wird schon geholt ok nein 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 die pia hat ach der liegt da ach ich hab schon wieder keine granaten dann weg hier ach der holt den ok moni was ich kann deine nachricht nicht ganz verdammt warum kann ich das nervt mich jetzt aber versuchen wir mal rauszutappen jetzt geht's los das hat so gar nicht funktioniert was liegt was da liegt med ja dann guten wie kommst du auf med so komm hier kaum nicht mal fünf sekunden weg wir sind ja schon weiter leute 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 sagt mir sowas doch hier wird niemand zurück gelassen ah der holt den schon dann dann so smoken wir die mal zu da auch eine hin eine noch kleines stückchen weiter so leute stürmen hier geht's um was wir sind hier ran steh auf soldat da sind sie habe ich noch ach kacke da spitzer winkel da mal jemand hier aufrichten bitte hallo ich habe gerade hunderte von euch aufgerichtet okay keiner niemand nein da nicht aha arry ich habe gerade eine mail bekommen von ähm der lan da müssen wir gleich mal drüber quatschen also von wegen dass du nicht angemeldet wärst aber der platz neben mir wird freigehalten also die schüsse her ah da hinten Leute 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 was mach ich denn Ah ist leer Kacke Ja ok dann müssen wir nicht bequatschen Ah dann nur dass du angeblich da noch nicht angemeldet bist Zumindest habe ich gerade den Respond bekommen weil ich ja reingeschrieben habe PS neben Ari sitzen Aber keine Ahnung wie das da läuft wird schon sich wirklich schon klären bestimmt irgendwie Hoffentlich Bestimmt Können wir jetzt mal hier bitte danke Ah Habe ich die Klasse gewechselt? Ganz einfach Ähm So nehmen wir mit Warte geht's Jetzt wird's richtig brutal Okay der wird schon aufgenommen Jetzt brauche ich mal Jetzt müssen wir mal irgendwie Was von da hinten auch? Okay von überall Wie machen wir das? Wie machen wir das? Wie machen wir das? Schade Alle Sniper In meinem Squad Kann ja mal hier außen rumlaufen Ich wurde entdeckt Ich wurde entdeckt Ich wurde entdeckt Ich wurde entdeckt Schade Er schaff das nicht Er kämmt ja da hinten Haben wir eigentlich noch ein cooleres Squad Charlie vielleicht Ich habe hier halt noch nie B angegriffen Auch die haben keine Attack Order Auch die haben keine Attack Order Was zu Sekunde Zwinge ich gerade mein PC Zu hat in die Knie Hier Das stottert übelst rum Was geht denn jetzt mit dem Sound ab? Ah Hallo So Das steht auf Oh jetzt wird das da bitte B haben wir ne Na dann Okay Ja Ich hole mir eben Ammo Oh die Ammo Box ist weg Ne ist sie nicht Hier steht sie ja So Der wäre ja weiter verbrannt Jetzt smocken wir die mal richtig zu da hinten Oh Tschüss Und hier auch Ah Schade Irgendein MG feuert hier rein Von dem Panzer scheinbar Und ich bin auch noch in den Strahl reingelaufen Danke Danke Sehr gut Sehr gut Munition Nein Was machst du denn? Nein Ach du mein Oh Eins Na jetzt müssen wir mal zu A Hilft ja alles nichts Wie steht da der Panzer? Wie steht da der Panzer? Steht auf Nein Nein Hilft mir jetzt jemand auf? Hallo Keiner Keiner Nein Okay Schade Wir haben nämlich nur noch 52 Tickets Oh da wurde noch irgendwas gecallt Die sitzen hier rum und Schnups Wir müssen jetzt mal hier überdreißen Kann ja nicht sein, dass wir A nicht näher kommen Wenn die alle auf B hocken wie verrückten Schmeißen wir mal ein bisschen Oh Das ist mal dick eingenebelt So dass der so offen liegt muss er bestraft werden Da hinten liegt auch noch ein Sniper Wie kommen wir an dem vorbei? Gar nicht Ach da lag das MG Och Die liegen so offen Macht doch was Ich darf jetzt nicht sterben Die Tegel sind wichtig Ich würde hier alles zu smoken, wenn ich könnte 21 18 17 16 Wichser Wichser Jetzt Jetzt Liege ich nämlich mal genauso assi wie ihr hier Oh nice Okay Und das war knapp Und glaub nicht, dass wir A mit 26 Tickets kriegen Du darfst nicht sterben Du darfst nicht sterben Leute Ihr habt Tickets Begrenzung Hallo Es verreckt jetzt keiner mehr Oh Schade Schade Ah guck mal Irgendwie hier rüber Sehr, 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 sehr gut Ich habe keine Ahnung von wo die Schüsse Nein Nein, da drüben liegen so viele Tote Ich sehe nichts Warum verreckt ihr da? Bleibt doch hier Sammelt euch hier Werft Smokes Ich habe keine Smokes mehr 8 Nein Warum bin ich jetzt rausgegangen? Da hält man sich an seine eigenen Tipps nicht Ach, ich werde nochmal geholt Aber vier Leute Du stirbst Hier nicht weg Wir schaffen das nämlich Komm schon Das sind drei Tickets oder so Ich weiß nicht, ob ich in einem Stündchen noch da bin Ehrlich gesagt Also eher wahrscheinlich nicht Eigentlich wollte ich jetzt aufhören Also ich wollte auf jeden Fall nicht nochmal eine Grand Operation anfangen Nee Im Discord bin ich vielleicht Das kann sein Aber den Stream werde ich jetzt beenden Also Danke fürs Zuschauen Ihr Lieben Überhaupt geil, dass das jetzt So viele waren Obwohl ich ja nur Spontan gestreamt habe Aber das ist geil Ähm Viertel Spiel 5 spiele ich bestimmt auch öfters In den spontanen Streams Freut euch auf nächste Woche Da geht es richtig los Mit einem neuen Spiel Also wir spielen natürlich auch äh Vampires weiter aber Es wird auch ein neues Singleplayer Spiel geben Also bleibt gespannt Und jetzt hoffe ich, dass ich die richtigen Shortcut treffe Nein Den da wollte ich Alles klar Macht's gut Tschüss Tschüss Wenn's klappt kriegt ihr noch Musik auf die Ohren Ein bisschen Vielleicht aber auch nicht Ein Lied Ein kurzes Lied Und jetzt geht es um Schnelles 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 Schriff Das geht noch ein bisschen Das geht noch nicht Vorh materie Ich fände immer See Billy Ah Statt Und mit dem Raustappen dauert echt immer ewig. Bis dann, tschüss, küsse. Oh, 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 I've got a girl named Ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding-dong She's fine to me Ram-a-lam-a-lam-a-ding-dong You won't believe that she's mine, oh mine I love her, love her, love her so And I'll never, never let her go One thing is certain, she's mine, oh mine She's fine, all of the time I've got a girl named Ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding-dong She's everything to me Ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding-dong I'll never set her free Cause she's mine, oh mine Bom, 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 ram-a-lam-a-lam-a-ding-dong I've got a girl named Ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding-dong I'll never let her go Ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding-dong I love her, love her so And she's mine, oh mine Bom, bom, bom Ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding-dong 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 Ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding-dong Ram-a-lam-a-lam-a-ding